Musik Für die Edge Spezial verwende ich den Haken Tiemco 2457 in den Grössen 12 bis 16. Das Schwänzchen wird mit zwei Spitzen von Straussenfiebern gebildet, der Körper besteht aus Crystal Dab in der Farbe Rast. Das Flügelgehäuse imitiere ich mit einigen Fiebern vom Fasanstoss und der Thorax wird relativ locker mit Steelhead und Salmendabbing in der Farbe Schwarz gebunden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020